Yo, yo, yo! Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einem neuen Video von mir. In dem heutigen Video gehen wir mit meinem Mikrofon in Systems Party Royal Map rein. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird, weil es gibt da ja einen Gruppenkanal und wenn wirklich jede Person in dieser Lobby sein Mikrofon anhat, dann sind wirklich 40 Leute im Sprachkanal drinne. Das Problem ist, wenn ich Anonymmodus drinne habe, ich bin aber im Sprachkanal drinne, sieht man, dass ich im Sprachkanal drinne bin und die eine oder andere Person hat dementsprechend auch reagiert. Also für mich ist das ein experimentell volles Video. Sagt mir gerne, ob ich mehr davon bringen soll. Aktiviert gerne kostenlos diesen Kanal und ich würde sagen, go Junge! So Leute, ich hoffe, dass niemand hier Echo oder so anhat. Ist der nicht. System... System... Abonieren Sie den, 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 abonieren Sie den. Also wenn so die Sprachkanäle sind mit so viel Echo, dann kann ich wirklich nicht mit Mikrofon reingehen, Leute. Das funktioniert nicht. Ich probiere es nochmal. Digga, wie viele im Sprachkanal am rumchillen sind und kein Muck sagen, ne? Doch, jetzt glaube ich, jetzt ist einer am Mikrofon gegangen. Die chillen alle im Sprachkanal und niemand sagt irgendwas. Es ist der absolute Oberwahnsinn. So, Mikrofon ist auf jeden Fall an, Leute. Ich möchte jetzt auch hier nicht die ganze Zeit rumtalken. Also hier muss schon irgendwie... Zwei Personen müssen schon untereinander reden, damit ich auch das Mikrofon jetzt hier anhabe. Beziehungsweise ich hab's schon an, aber damit ich rede. Ich würde aber sagen, wir gehen mal in den... Junge, was machen die denn hier, Digga? Holy Shit! Das ist ja mal der Wahnsinn! Aber toxische Leute sind hier auf jeden Fall nicht am Start. Die scheinen wohl alle wirklich sehr nett zu sein, Junge. Ja, ja, die sind alle nett, Digga. Hier sind noch zwei Ungeheuer. Die greifen hier den... Sie sind zwei Skin an und der meditiert hier so ein bisschen. Denkt sich so, lasst mich doch alle in Ruhe, Junge. Hallo, weiß jemand, ähm, den Code? Welchen Code? So, der Code, Digga, der ist, äh, 438, ja? Oh mein Gott, siehst du, ist in der Lobby! Oh, MW! Ich fahre nicht so rum. Oh! Digga, dein Ernst? Wo ist er? Ja, ich bin unten im Tresor, aber ich bin schon drin, Digga. Oha! Was willst du haben aus dem Tresor? Sag an, ich bring dir mit. Wie egal! Was, darf ich München nicht? Darf ich auch München nicht? Ja, bring ich, bring ich. Hallo? Junge, wie voll ist die Lobby, Alter, Bro. Das ist jetzt schon die dritte Lobby. In der letzten Lobby waren so viele Leute, die haben so viel rumgeschrien. Digga, es war katastrophal. Ich bin wieder in der Form mit dem Grabler, Junge. Bruder, da rasten welche komplett aus. Junge, was ist denn hier alles drin, Alter? Kannst du mir bitte Münzen geben? Münzen? Ja, warte, warte, warte. Ich muss erst mal hier gucken. Hörst du mich? Ja, 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 ich höre nicht. Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du? Ich will wissen, wer du bist. Ich weiß nicht, Bro, das musst du wissen. Warte, ich sag's, ich sag's. Bist du der Map-Entwickler oder wie? Digga, könnt ihr euch alle mal bitte stumm schalten? Wenn du der Map-Entwickler bist, ich hab dich gerade auf YouTube geschaut und abonniert. Oha. Ja, ich bin nicht der Entwickler so. Also, Freundin hat das gemacht, aber... Warte, da kommt ein. Oha, er macht sogar nur Werbung, Junge. Hallo. Hallo, was geht's? Wer bist du? Ich will es wissen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, Bro, da musst du wissen. Hallo. Aber Ed weiß es nicht. Bist du der Map-Entwickler oder wie? Nee, nee, ich bin nicht... Ich hab die Map nicht gebaut. Die wurde für mich gebaut. Junge, hier gibt's sogar Airstrikes. Was? LOL. Junge, hier ist so viel geiler Scheiß in dem Raum, Alter. Die hat hier wieder so Sachen hinzugefügt. Das ist der Wahnsinn. Ohne Witz. Kann ich Münzen? Bring ich dir. Ey, kannst du... Mach mal... Mach mal die Tür auf. Mach die Tür auf. Wie soll die Tür aufmachen? Hier kommt keiner rein. Wenn ich die jetzt aufmache, dann habt ihr Minigun und so eine Scheiße. Oh mein Gott, ich kippe. Kannst du einfach... Ich hab ein bisschen Gold drauf. Kann einer bitte die Tür hier aufmachen? Ich komm gleich raus, jo. So, wer... Wer wollte... Wer wollte Gold? Ich. Ich. Ja, wo bist du denn? Dann sag mir, wo du bist. Ich komm da hin. Ja, so ein kleiner Furz bin ich. Wer bist du bitte? Ich will das wissen. Wah, Digga. Herr No Skin normal. Ich will mal... Ich höre mal auf YouTube, wer du bist. Ey, ich muss mal mal testen. Ich hab so Airstrike-Dinger hier. Ich werfe die mal jetzt da hinten hin. Ich bin mal gespannt, was passiert. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Ich will mal gucken, wie das aussieht, Digga. Ich hab meinen Namen geschrieben. Mach die Potenz. Oha. Mach die Potenz. Oha, Junge. Was ist das denn, Bro? Ich verfolge dich jetzt. Ich starke dich jetzt. Bist du Tim oder wie? Ich starke dich jetzt. Wie, Tim? Was für Tim, Junge? Wer bist du? Sag es mir. Ich will es wissen. Ich bin System, Junge. Kannst du mir eine Anfrage schicken? Komm mal, ich möchte dir noch sagen. Wie ist denn dein Name, Junge? Komm mal. Welchen Skin hast du? Ich bin hier No Skin, Digga. Wie heißt denn nun? Wie heißt denn? Wie ist dein Name hier? Ich muss wissen, so weißt du? Ich? Ja. Kannst du mich ändern? Ja, Bruder, wie heißt du denn? Ich muss doch deinen Namen wissen. Mein Name ist Tim. F-A-Undersich-Banne. Ey, Arda ist auch drin. Wo bist du, Junge? Oh mein Gott. Valenciaga ist das nicht. Ah. Was? Ah ja, stimmt. Mit dem spielst du ja momentan voll oft, ne? Wo ist Dennis? Oh mein Gott. Ah, okay, okay. Warte, ich mach kurz Freundschaftsanfragen an. Dann könnt ihr mir alle eine schicken. Ich nehm alle an, okay? Wie heißt dein Vorsteig-Namen? Äh, System Wild. Ich hab jetzt an. Dann schick mal. Er ist mein Freund. Er ist mein Freund. Er ist das Marie. Bro, bleib ruhig. Ich warte mal. Ich mach mal kurz die Unreher kaputt. Die sind voll am Nerven, Junge. Was nerven die so blöd? Was nerven die so blöd? Mann. Man hat deinen Namen in Vorsteig sagen. Ich will dich kennen. Mein Name in Vorsteig. Ich hab doch an. Schick mir eine FA. Also System Wild. Schick einfach eine. Warte. Wer will denn jetzt Münzen haben? Komm mal zu mir. Aber mach so Reihe oder sowas. Keine Ahnung. Weil so Assi-Kreis, Digga, ist kritisch. Boah, perfekt, wie ihr das macht, Junge. Bruder, das eskaliert wieder in einen Assi-Kreis. Ey, die anderen hinten haben nix bekommen. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall alles bekommen. Ihr habt alles jetzt bekommen, oder? Boah, Digga, jetzt so mit Rocket. Ich dachte, ehrlich. Nein, sowas machen wir nicht. Wir sind keine 31er. Welcher Skin bittest du? Nochmal. Herr No-Skin. Mit Lockenkopf. Warte, Alter, Creator, Cartoon ist ein Hahn. Hey, System, komm mit. Ich hab Travis. Wo, wo, wo bist du denn? Hallo? Achso, hier oder was? Der Odin-Skin. Der mit weißen Haaren. Der mit weißen Haaren. Achso. Du hast, hast du Travis, Junge? Jo, er hat tatsächlich Travis, Junge. Travis, was geht, Bro? Holy shit. Travis! Ich bin Travis, Leute. Bruder, ich, 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 ich bin überfordert. Hier sind so viele Leute. Ich check gar nicht. Ich kann niemanden unterscheiden. Können wir gestern zusammen spielen? Äh, Bro, ich nimm grad auf so und danach muss ich zum Fitness, ja? Wenn, wenn, guck mal. Wenn, wenn ihr mit mir spielen willst, dann, äh, ich zock auf Twitch immer mit euch so, ja? Da bin ich, wenn ich da live bin, Liga, ich spiel nur mit Community. Leute, ich hab kein Twitch. Wie, du hast kein Twitch? Ja, dann, dann habt ihr doch bestimmt TikTok, oder? Ich hab ein, ne, ich hab ein TikTok, ja. Ja, siehste, da bin ich auch immer live. Ich glaub, das ist hier ein Liebespaar. Wenn, wenn du wirklich bist, ne? Das ist System, wenn du wirklich, wenn du wirklich bist, ne? Wie bitte? System? Ja. Hab immer halbsteine Videos abends. Wow, kurz, Digga. Ja. Wenn du wirklich bist, ne? Ja. Hab ich... Ja, komm mal, komm mal ganz kurz, ich möchte hier kurz was sagen, bitte. Bruder, Gruppenschreck ist bei mir ausgegraut. Ich kann nicht draufklicken. Ich schwör auf alles. Bitte. Ja, ich kann ja nicht rein, Digga. Wie soll das funktionieren? Soll ich jetzt zaubern? Kannst du mir mal eine Gruppeneinladung senden? Oh, und was machen wir dann? Willst du mir nur etwas sagen? Ja, ja, sag doch, Digga, sag. Nee. Wie, nee? Oh, Digga, die sind lieb und nett und so, Junge. Die haben jetzt von mir sehr viel Gold bekommen, deswegen feiern die das. Kleinen 31. Hab ich dich schon als Freund? Ich hab jetzt gerade alle angenommen, aber ich geh jetzt auch hier raus so, ja? Das ist wirklich so wie, ey. Jungs, dann viel Spaß euch. Ja, zieht durch. Machst du wirklich ein Video? Ja. Oh. Oh. Okay, dann schau. Lass dann den Like da. Abonniert den Kanal. Kuss. Ich bin los. Abonniert. Out rein, Jungs, ja? Dankeschön. Hallo, Eure Watt. So, Junge, zweite Lobby. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt hier aussieht. Das ist ja auf jeden Fall eine komplett neue Lobby. Fabi ist drin, ne? Wer noch so, Junge? Hier vorne ist Fabi. Das hier vorne ist Fabi. Das hier vorne ist Fabi, Junge. Hier. Guck mal, wie der mich nicht erkennt. Aber, Bruder, wie soll man mich auch an No-Skin erkennen? Den Skin haben halt wirklich alle, ne? Bin mal gespannt. Warte, wir gehen mal unten direkt in den Tresor rein. Und dann besorgen wir uns mal alle Waffen und so. Und dann holen wir mal vor irgendeiner Person ne Waffe oder so raus. Dann bin ich mal gespannt, was die dazu sagen, so mäßig. Weißt du? Das Problem ist, wenn die jetzt auf Sprachchat gehen, dann würden die sehen, dass ich jetzt gerade hier drinnen bin. Und das wäre natürlich problematisch. Aber jetzt gerade geht das noch einigermaßen fit. Ist hier wer? Ja, hier vorne ist auch einer, Dinger. Ich glaube, ich werde hier jetzt nicht in den Tresor reinkommen, Leute. Da muss ich erstmal warten, hier. Du bleib mal ein bisschen ruhiger mit deiner Patronenschieß, Dinger. Mein Gott, hier, ehrlich. Ja, ich ziehe mal ein Bild zuziehen. Aber das ist nicht so. Wie, das ist nicht der echte? Ah, jetzt sind wir still, oder wie? Okay, was ist das? Was war das gerade? Und wenn du der echte bist, dann kommen wir runter in die Abierung. Äh, ich würde schon gerne die Tür aufmachen, aber wenn ihr drei Leute vor der Tür stehen, kann ich es nicht öffnen. Barbie, was geht's? Bist du der echte? Weiß ich nicht, Bruder. Junge, ich gucke immer den Livestream. Ehrlich jetzt? Welcher Skin bist du? Äh, dieser Katzenskin aus dem Battle Pass. Ach so, mit dem Grabler. Ich bin der mit der Flacke in der Hand. Ja, hier, ich bin vor dir. Ja, hier. Nein, 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 hier hinter dir. Der Nose-Skin mit der Facke. Genau, ja. Das geht. Und hier, Fabi, das bist du vor mir, ne? Ja, 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 Digga. Ja, mach die Tee-Pose. Bist du gerade auf TikTok live? Ne, ich bin gerade gar nicht live. Ich nehme gerade für Video auf. Bin ich hier in einem Video? Ja. Wolle, ich bin auch in einem Video. Ah. Ey, ich würde gerne den Tresor aufmachen jetzt hier, aber Bruder, wenn da zwei, drei Leute vor sind, dann kann ich nicht, ja? Hallo? Hallo? System? Ja. Oha. Oh mein Gott. Oha, Lan. Wo bist du, Junge? Oha, ich suche schon seit 30 Jahren. Ehrlich jetzt? Oh, krass. Oh mein Gott. Ich will aber auch mal so ein bisschen ausprobieren, wenn ich Mikrofon anhab, was hier so in PR geht, weißt du? Ey, wo bist du? Unten. Unten bin ich. Was ist der Code? Äh, 438 für unten. Fabi, was geht, Junge? Meint ihr, du bist einfach so nicht? Welcher Skin bist du? Äh, ich bin Herr No-Skin-Blockenkopf. Ey, der macht denselben Skin wie ich. Ja, das bin ich. Ach so. Lol, er hat dieselbe Steak-Variante, geil. Oha, der hat Paragon-Banner, Digga. Oha. Machst du gerade ein Video? Ja, ja. Kann man mich hören? Man kann mich hören. Jetzt, jetzt kommst du, ich grüße meine Mutter. Ja, der Dings, der, deiner hier vorne. Bist du ja hier vorne, oder was? Ja, Digga, der war schon, weiß ich nicht, 8, 900 Tage, oder? Oha, was ist das hier? Ach so, ja, das ist, äh, da sind Waffen und so drin, die, da geh ich immer rein, wenn ich Video mach, weißt du? Kannst du mich add in, Witzel? Ja, warte, schick dir jetzt Freundschaftsanfrage, ich nehm jetzt, äh, alle an. Digga, so viele, Junge. Meine, ich, 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 noch, die mir geschickt haben. Max, komm mal, ähm, Gruppenkanal. Max, geh sofort Gruppenkanal. Ganz schnell hier. Ja, komm. Warte, noch mal und in Teams spielen. Wer, wer, wer fragt denn da? Und in Teams spielen, bitte. Ich auch, bitte. Ich schick dir ne Beitrittsanfrage, bitte. Du bist mein Lieblings-Youtuber. Digga, the fuck man, bleib ruhig. Ich muss die Namen wissen. Siehst du? Ja. Bruder, bist du das der Echte? Weiß ich nicht, Digga, keine Ahnung, musst du einschätzen. Kann ich mit dir ne Runde zocken? Komm, bitte, lass alle in der Runde zocken. Bruder, wenn ich mit jedem jetzt hier ne Runde spiele, bin ich 5 Stunden dran. Nein, Digga, das geht nicht so. Keine Ahnung. Also, wenn ich jetzt mit jedem wirklich ne Runde spiele, Bruder, bin ich wirklich morgen erst fertig. Ich muss noch andere Sachen erledigen, weißt du? Boah, du bist voll der Süße, Digga. Aber, Bruder, ich, keine Zeit, Bro. Ehrlich nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt auch in die nächste Runde rein, so, ja. Boah, guck mal, du bist jetzt in meine Freundesliste drinnen, ne? Ich stream heute später auf Twitch. Und dann probierst du einfach, wenn ich die Gruppe auf öffentlich mache, probierst du einfach reinzukommen, okay? Und dann kannst du vielleicht ne Runde mitspielen. Lieb ich, ähm, also von meiner Mutter aus darf ich keinen Twitch, aber, ähm, da soll ich meinen Account, also ich könnte höchstens auf meiner Account vielleicht. Ja, du hast bestimmt TikTok, oder? Aber vielleicht auf TikTok bin ich auch gemacht. Ja, dann stream, bis zum Anfang bis Ende. Schüss, danke, Jo. Okay, aber ich würde dann jetzt hier rausgehen, ich würde so nochmal in den neuen Lobby gehen, so. Und, äh, ja, ich wünsche euch dann noch so viel Spaß, ja. Bin mal gespannt in der dritten Runde, wie das so abläuft. Lasst auf jeden Fall ein Like, da, wenn ich das öfter mache. Hey, wie heißt man, heißt das System? há bummer. Auswärt Mal. Wenn ich das öfter machen soll, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare und lasst ein Like da mit Mikrofon reingehen. Hallo? Ja, das ist so eine Sache. Warum haben wir das in der Welt? Das ist nicht der echte. Wie, ich bin nicht der echte? Jetzt sag doch nicht, dass ich Soundboard bin. Ja, das ist Soundboard. Soundboard, ja, ja, ja. Ja, okay, wenn kein Soundboard ist, dann zeig mal alle, wo die sind. Digga, das ist ein kleiner 31er, Junge. Da müsste ich Account wechseln, aber den Account habe ich noch nicht zurückbekommen. Das ist das Problem. Aber wenn ich wollen würde, könnte ich auf ein Triple OG Account drauf. Aber sowas mache ich natürlich nicht, weil Epic Games mich dann wieder nochmal sperrt. Ja, nicht mein Fortnite Account, wenn ich auf andere Account draufgehe. Nein, ich weiß nicht, ob das der echte ist, Digga. Kannst du nicht? Dann sag mal, du bist. Oh, ähm, oh. Dann sag mal, dann sag mal, Kammerath Erroll. Dann sag mal 31er. Warte, wenn du der echte ist. Oh, ihr wirkt auch, das ist der der echte ist. Bist du live? Nee, 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 ich bin nicht live. Der ist nicht live. Junge, wenn hier fünf Stück vor der Tür stehen und den Code eingeben, dann kommt man auch nicht rein, ne? Ja, bringt das nichts. Digga, macht mal Reihenfolge oder so, Junge. Nimmst du ein Video auf? Äh, wer bist du denn? Tannenbaum. Ah, okay, der hier vorne, oder was? Ja, ja. Ja, stabil. Oha. Oha. Warum läufst du mit Tannenbaum rum, wenn du sowas hast, Junge? Machst du extra? Oha, hier ist auch goldene Banane. Ja, moin, Junge. Ey, bleib ruhig, Brudi. Wild Pizza TTV ist hier auch drin, ne? Du machst immer auf Instagram so Bilder von mir mit so Pizza Lieferservice und McDonalds und so, ne? Ja. Ja, ja. Digga, sehr stabil, feier ich. Ey, lass mal reingehen, da unten. Aber, ey, macht mal so Reihenfolge so. Ne? Ah, da war's. Reihenfolge, die machen Asikreis drum. Ist doch stabil. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Mach der Kaul nicht. Ja, das ist der echte. 4, 3, 8. Ja, 4, 3, 8. Ey, ich geh mal Tresor rein. Geht mal alle weg da, Junge. Was soll dat denn hier? Die geilen jetzt alle. Oh, die stehen alle da vorne, ne? Da, 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 so kommt der nicht rein, Junge. Digga, ich bekomme den Stack hier in der Mitte. Ja, Pizza, das bist du, ne? Sei mal ehrlich. Der hat Renegade-Tacke, Digga. Oh, schade. Wer hat Renegade-Tacke? Der andere No-Skin hier. Der No-Skin, Alter. Hast du noch OG-Skins oder so? Ja, zeig mal. Warte, lass mal gucken. Lass mal gucken, was der so rauskommt. Jetzt kommt so, äh, OG, äh, Renegade-Skull-Truper. Oha, Hybrid. Boa, Junge, ich schwör, ist schwer auf allen so, auf alle so aufzugucken. Du machst grad Video-Video, äh, öffentliche Chat musst. Ja, so ein bisschen Sprachkanal, um zu gucken, was so geht. Oha, ja, okay, er hat Renegade, Digga, Stabby. Das ist nicht der Echte, äh, der Last. Das ist der Echte, natürlich. Ich hab ihn ja sogar in der, äh, Kontopulze. Hättet, ne? Oha, der hat sogar Skull-Truper, ne? Ja, ja. Renegade-Tacke, Renegade-Radar, OG Skull-Truper-Bäckling. Klingt das nur gut oder so? Einer kommt wieder zurück. Boa, Digga, das ist so schlecht, ne? Ich sag dir ehrlich, hör zu. Ich hab alle Informationen. Alles. Bro, alles. Ich hab den kompletten Lebenslauf. Die sagen so, nö, aber ich muss jetzt was anderes machen, so. Aber darüber will ich nicht reden. Das läuft im Hintergrund. Aber gleich kommt einer bestimmt mit Soundboard und dann macht der irgendwie Clash-Royale-Sound. Ehehehe. Safe kommt das. Ja, ey. Machst du das Video? Ja, so, gucken. Ach, FAs, ja, ich, ich nehm an. So, wenn ihr wollt, ich kann euch alle annehmen, jo. Schickt einfach eine. Ja, nehm. Ich hab schon mal, ich hab schon mal geschickt. Ja, okay, okay. Wie, wie findet ihr eigentlich die Map? Seid ehrlich, seid ehrlich. Das ist halt normal. Das Einzige, was ein bisschen nervt, sind die Monster. Die Monster, sagst du, die nerven? Ja, okay, aber die sind nur temporär drin, so. Die werden vielleicht in zwei, drei Tagen wieder entfernt, weiß, ja? Äh, die Peps mit dem Brauen. Man kann nicht mehr bauen. Ja, früher, irgendwie gestern konnte man so ein bisschen bauen oder so, ne? Ich frag mich bis heute, warum das funktioniert hat, Alter. Keine Ahnung. Ja, ja, die Sarah, die sitzt hier immer an der Map dran. Digga, am Anfang sind die alle mit Waffen drumgelaufen und so. Am Anfang konnte man ja auch in der Boxfightmap oben sich, äh, zu diesem Glas hochbauen und dann einfach die Waffen droppen. Und dann hat es hier oben die Waffen drauf, so mäßig. Ja, ja. Geht ja auch nicht mehr. Ey, wenn ihr, wenn ihr mich in den Tresor lasst, dann zieh ich Gold zu. Dann kann ich euch ein bisschen was geben, ja? Ja, aber ey, ich muss da auch alleine stehen, Junge. Ja, die kommen ja schon an. Mach mal hier so Blockade, damit keiner reinkommt. Und guckt bitte nicht in meine Richtung. Oha, genau so, Junge. Tschüss. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Frau Katze, äh, können Sie sich mal bitte, äh, in die Richtung, äh, hinbewegen und umdrehen? Junge, ihr kommt immer näher. Ja, guck jetzt. Digga, what the fuck, Bro. Was ist das, Junge? Ich mach, stellt euch bitte davor. Nee, Digga, wir stellen uns vor die Tür. Und jetzt probiert die hier vorne noch den Code einzugeben. Digga, die Wahrscheinlichkeit, dass man den Code herausfindet, liegt bei 1 zu 23 Milliarden. Junge, das geht nicht. Ich glaube, wenn du Lotto spielst, ist die Chance 1 zu 140 Millionen. Hier ist 23 Milliarden, Digga, das schafft keiner. Ey, das wird hier nichts. Ich sage, ey, was soll das denn hier? Gerade wolltest du nur eine Umarmung und jetzt machst du Eldance oder was? Oh, da muss ich gleich zu ihm Eldance machen, Digga. Oh, scheiße, wenn ihr auf mir alle auf ihn drauf geht, Digga. Ähm, nicht, äh. Ich kriege jetzt gerade richtig Karma. Scheiße, Junge, das war's mit ihm. Dankeschön, sehr lieb von euch. Jetzt wird er nur eine Umarmung. Yo, jetzt auf einmal. Ja, ja, jetzt kannst du jemand anderes danach fragen. Ey, Leute, ich glaube, das wird hier nichts mit Tresor, ja? Ey, ich würde, ich würde hier, also das kommt auf jeden Fall so ins Video. Ich würde aber jetzt hier aus der Lobby rausgehen. Wollt ihr noch irgendwas sagen oder so? Ich grüße meine Klasse. So, ich grüße meine Ex-Freundin oder sowas oder so eine Scheiße. High five. Aber ich komme nicht. Oder meine Omi oder so. Ich habe zu viele, Digga. Ja. Ey, alle rutschen so ein Celestia. Ey, ja, nein, ich muss jetzt, ey, Digga, ich kann dir nichts machen. Ich gehe jetzt hier so raus, okay? Seid mir nicht böse, ja? Digga, geht einfach nicht, Bruder. Größter Flex. Größter Flex, dachte ich. Bro, ich kann da einfach nichts machen. Es sind einfach zu viele. Also, ich finde das ja nicht schlimm, dass viele Leute da sind. Aber, Bro, ich kann mich halt gar nicht bewegen. Ich kann nicht in den Tresor gehen. Der eine fragt was, der andere redet dazwischen. Das ist alles so unorganisiert. Ich hoffe trotzdem, euch hat das Video gefallen. Wenn ich nochmal mit Mikrofon reingehen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like da. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut da rein.